Okay, genau, das ist diese Kipp-Kopf-Kipp-Übung. Sollen wir mal in diese Belting-Übung reingehen? Und Kipp-Kopf nicht so tief. Stopp, 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 ja, kein Haar einbauen. Machen wir mal A Cappella. Ja, aber nicht, nicht, äh, sondern wirklich, äh. Äh, 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 äh. Ja, 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 mach das mal nochmal ein bisschen höher. Äh, 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 äh. Aber kein Äh. Das ist das Problem, ne? Stell dir mal vor, es ist äh, äh. Äh, 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 äh. Ja, besser, gleich nochmal. Alright, gut. Ich würde mal sagen, wir gehen mal in das Angels rein. Versuch nur, während des Songs immer wegzukommen von der, von der Enge, ne? Weil irgendwann kommen die Taschenfalten zu sehr zusammen. Ich würde ganz gerne was zum Head-and-Neck-Anchoring machen. Das bedeutet, dass wir den Nacken, die Nackenmuskulatur und den Nacken mehr mitnehmen. Hast du gefühlt, dass die Nackenmuskulatur sich ein bisschen erweitert? Hast du das, ja? Ja.